Du hast Lust auf eine spannende und abwechslungsreiche Berufsausbildung, weißt aber noch nicht, welcher Beruf der passende für dich ist? Dann ist der Berufsinfostream genau das Richtige für dich. Der Berufsinfostream ist ein Livestream, bei dem du in einem Vortrag genaueres über die Ausbildung von Wacker erfährst. Außerdem wird der Bewerbungsvorgang genau erklärt und du erhältst Einblicke in die Ausbildungsbereiche Chemie, Metall und Elektro. Das Ganze findet am 9. Juli von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Falls du jetzt neugierig geworden bist, kannst du dich ganz einfach auf unserer Homepage einloggen. Der Link dazu ist in der Infobox. Wir freuen uns auf dich!